hallo was machen sachen ja hausarbeit mit warnum anschein hier sind gebügelt spaß beiseite wir werden hier keine hausaufgaben machen oder hausarbeiten machen wir wollen ein bisschen was ein bisschen was ausprobieren wir haben ja noch eine folie die haben wir gar nicht ausprobiert für unseren cricket und zwar diese auf bügelfolie oder hitze transferfolie für klamotten normalerweise gibt es dafür eine maschine oder ein gerät dass man dafür nutzt das wort dort habe ich nicht gibt so eine heizmatte die macht halt hitze und macht druck auf die dinge an dass man damit halt die übertragen kann einer von den dingen ich blende mal hier ein sieht verdächtig ähnlich eines bügeleisen aus und bügeleisen das habe ich das bügeleisen ist halt nicht dazu gedacht ich weiß nicht ob es funktioniert ich werde es herausfinden es macht war den druck werde ich dann ausüben und wir schauen einfach mal ob das geht ich habe dazu auch zwei verschiedene textilien mir rausgesucht zwei t-shirt und so ein pulli zum einen der politik erst ein bisschen steif war der bewegt sich nicht so viel habe ich mir gedacht für einen versuch wäre das halt als erstes besser weil der gibt nicht so viel nach geht vielleicht nicht kaputt das t-shirt gibt halt ein bisschen mehr nach das ist ein bisschen mehr stretchy und wir können noch gucken ob weiß auf dem schwarz gut deckt und natürlich werden wir irgendwas glitzern machen wenn es dann funktioniert und ich nehme euch mit auf diese reise kann das denn funktionieren auch mit einem bügeleisen ich habe schon videos gesehen wo das geht aber ich bin mir nicht sicher was für eine folie die genommen haben weil es hat niemand gezeigt was für eine folie die nehmen sondern nur dass es auch bügel folie ist und dass sie dann halbbar habe ich ist ja es hat mir relativ wenig geholfen ich nehme mir dieses mark extra von circa oder cricket oder ich habe keine ahnung wie sich die firma nennt vielleicht habt ihr eine ahnung wie man das benennt die werde ich einfach ausprobieren sagt mir haben die in schwarz wir haben die in weiß und wir haben die so ein glitzer gold das werde jetzt einfach mal probieren ich habe mir auch schon ein paar muster ausgesucht ich fange wie gesagt mit so einem fashion roten teil an dass die linke seite ich sollte das vielleicht umdrehen und auf die richtige seite wenigstens bügeln macht das ja blödsinn linksseitig ist da ist auch kein muster drauf das ist ein reines rotes t-shirt dass ich bei mir im schrank gefunden habe tada sie sehen sind sie nichts ist nämlich nichts drauf wenn man jetzt muss darauf da das jetzt noch an einem stück ist werde ich den anfang erst mal auf einem stück durch jagen und die nicht auf die marken kleben dann habe ich meinen arbeitsschritt gespart und jetzt suchen uns erst mal ein muster aus dass wir hier testweise klein also so bügelgröße drauf packen und ich stecke das bügeleisen schon mal ein dass das auch warm wird justen wir haben strom irgendwas gepiepst bügeleisen verstehe ich auch nicht noch mal ein kleines ding wo weg ich habe dieses bügeleisen noch nie benutzt ich habe mir hatten vorher ein anderes dort habe ich benutzt aber da hat das einfach so ein rädchen ran das hat das auch aber das hat irgendwie ein display und hat nur ein rad das andere konnte man eine stupe einstellen hat man irgendwie nun keine ahnung selber reinigen ich wollte das nicht reinigen ich wollte das nutzen ich werde irgendwie herausfinden wie das funktioniert ja an den seiten sind knöpfe dran für temperatur ich ja das ding eigentlich einfach technisch so hoch wie es geht mehr ist mehr und guck ob es funktioniert normalerweise laut dem was ich mir nicht gefunden hat sind diese heizmatten auf 300 schlag mich tot grad ich glaube das schafft man bügeleisen nicht ich werde vielleicht einfach kompensieren indem ich einfach länger drauf halte mal gucken ob es funktioniert okay wir sind jetzt einmal wieder im designer studio und wir wollen uns erstmal für unseren vorhaben ein kleines muster aussuchen warum hatte ich ja schon mal einen ganzen hochgeladenen dinger ich möchte das hier zum arbeitsbereich hinzufügen und dann sollte es da sein okay das ganze ding ist ein bisschen groß ich denke wir machen das so prima darum zehn zentimeter ich glaube zehn zentimeter ist zum testen ganz gute größe ist es nicht genau so prima daumen können noch acht zentimeter seine steht so wir machen genau zehn zentimeter ich weiß nicht ob das dann aufs bügel ist was ich habe jetzt mein meter maß nicht wir lassen das jetzt so das wird schon funktionieren und wir gehen auf herstellen das brauchen wir nicht speichern ist okay worauf ihr achten müsst wenn ihr diese sick hat eigene folie nimmt ihr müsst die mit der glänzenden seite nach unten drucken und wenn ihr schrift oder so weiter habt müsst ihr das spiegel an sie müsste spiegel verkehrt drucken sonst habt ihr es verkehrt rum für euch so anjage ich das jetzt erst mal hier durch wir müssen ja noch was einstellen wir müssen auch sagen ich ist smart iron on hier kriege noch mal die warnung denkt daran spiegeln wir machen den standard druck klingeln bese und dann start drücken und ich habe jetzt das minister sicherheitshalber backpapier geholt weil ich den bügel eigentlich graue und ich lege backpapier unter und warum mich und das material zu schützen aber hier schon mal vorbereiten bis das gedruckt ist ich habe auch perfekte höhe direkt eingestellt oder vielleicht ein bisschen nach unten muss der druck ausüben wozu aufstehen wenn man auch sitzend arbeiten kann haben wir auch schon hier die foto und dann schneide ich mir die mit den tollen scheren ich habe die bisschen groß gemacht habe ich verschätzt wie groß acht zentimeter sind wenn auch nicht sonderlich im guten schätzen aber das sollte noch da sollte noch gehen auf dem bügel leisten sollte das noch passen ich mache es irgendwie auf die schulter ich wollte eigentlich ein kleines ich hätte vielleicht fünf zentimeter machen sollen lass die man draußen vielleicht brauchen wir die gleich noch mal noch hier müssen wir das jetzt voneinander entfernen ich dachte mir bei der foto ist halt alles in einem stück da kann nichts verloren gehen wenn es nicht so 100 klappt wenn das dann klappt können wir ein detaillierteres muster nehmen zum ausprobieren oder zum weiteren probieren und das äußere weg lässt sich auch super abzielen wenn man nicht halt komplett blöd sich anstellt oder stellt ganz schön fest dann haben wir ja so müsste ich hier mit klebt auch so ein bisschen und dann müssen wir ganz theoretisch das hier nur auf unsere textilie packen ich gucke ob sie das aussieht so ok wir haben diese folie klebe seite nach unten machen sie unten ich mache sie machen hier da wollte normalerweise kommt das jetzt in das maschinchen zum mehr drücken und erhitzen ich habe halt hier nur das bügeleisen da steht warte ja aber auf was soll ich warten das hier in der stellen ich würde ah hier nylon seide poli misch wolle baum jeans leine 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 ich habe hier so was geht hier runter okay ich mache das mal auf volle pulle auf neu auf leine und jetzt wird das heiß wenn wir testen aber wird schon war es fehlen noch zwei striche ich weiß gar nicht ob man dazu sieht es hat gepiepst ok ich nehme an wenn es piepst ist das auch volle leistung ich wollte eigentlich backpapier drunter packen habe ich jetzt vergessen und ich halte das einfach mal normalerweise sollte man 30 sekunden ich glaube schadet nicht wenn es länger ist einfach drauf drücken weil das arbeitet ja eigentlich mit druck okay also meine folie ist schon gewählt ich glaube das ist gut ich weiß jetzt nicht normalerweise sollte man das jetzt abkühlen lassen dann abziehen es ist noch nicht kalt ich mache noch mal um sicher zu gehen du bist noch mal piepst ich lasse es einfach noch mal piepsen aber das ist mit ganz schön viel dank jetzt dampft weniger ich muss es ja nicht nass machen ich muss es warm machen ich habe auch nicht mit gezählt ich hätte eventuell vielleicht doch das backpapier drunter legen sollen es ist geschmolzen das jetzt nicht so gut ein bügeleisen war eventuell vielleicht ein bisschen zu warm aber das was drauf ist ist drauf ok ja das war eventuell zu lang jetzt habe ich plastik am bügeleisen ich glaube das findet meine namen nicht so gut aber werde ich überleben aber hat ja an für sich funktion jetzt krieg ich das plastik denke ich habe ich habe so ein schaber wenn es warm ist kann es vielleicht abkratzen so ganz vorsichtig da ist auch nicht kaputt kratzen ja das sieht doch gut aus wir probieren das ganze einfach noch mal wir machen ab die pfoten bisschen kleiner und wir machen das backpapier drunter ich weiß halt auch nicht wie war der bügeleisen die da irgendwie maxi drauf die nur wacht aber temperatur hat nicht vielleicht gehe ich mal mit der temperatur ein bisschen runter ich wollte eigentlich mit der temperatur runter aktiviert auch drücken mich poli ich habe keine ahnung was das ist da ist kein schild dran das ist ein t-shirt drin habe ich hier ich bleibe mal bei poli für polyester und ich müsste auf mich gehen dann gehe ich auch noch mal sicher weil ich habe keine ahnung was in dem t-shirt drin ist doch versuch nummer zwei ich lasse jetzt auch den tollen winkel nämlich die ganze zeit die kamera nicht hin und her schieben muss macht ihr auch jetzt habe ich von dem tag in der schreck was soll das wieso kriegst du überhaupt wahrscheinlich nicht drauf ich werde ich hätte ich auch nicht gewöhnt zu leisten du hast mir nichts zu befehlen ich mache was ich will ich habe gesehen ich habe gesehen was ich nicht machen soll ich habe aus meinen fehlern gelernt meistens zumindest manchmal ein bisschen länger um aus fehlern zu lernen man muss drei viermal probieren so ok damit ich hier nicht aussehen mit drüber würde ich ein bisschen höher nehmen wir dieses mal das backpapier was ich vorhin schon nehmen wollte und geht auch bis es piepst ok es piepst ungefähr nach 30 sekunden das passt das ist eigentlich auch die zeit die stand die sollte man nehmen jetzt ist es glatt vielleicht sollte ich jetzt tatsächlich mal warten bis es abkühlt so ok mittlerweile ist es abgekühlt kann es abziehen und dann geht man nicht ganz ok nochmal genau das gleiche fünf minuten auf stufe 5 halbe minute auf stufe 5 ist immer noch nicht geschmolzen sind schon mal gut dabei aber es lässt sich abziehen ok das ist vielleicht nicht heiß genug wir probieren mal 7 geht noch ab ungünstig wir probieren jetzt mal 7 ich mach halt einen guten unterschied dass man wenigstens schon mal backpapier nehmen das plastik auf das drauf ist ist wenigstens nicht geschmolzen mal schauen ob es mit 7 klappt das müssen wir wieder erwarten bis abgekühlt ist das hat jetzt wunderbar funktioniert ich hätte noch die möglichkeit gehabt das von der anderen seite zu bügeln das vielleicht der stoff zu dick war es ist halt nicht das gerät wofür es gemacht wird das hat vielleicht mehr druck oder so das hat von beiden seiten war ich habe das jetzt nur von einer seite vielleicht sollten das beim nächsten ausprobieren dass man von vorn und von hinten bügel aber es hat funktioniert entscheide ich hier schon mal die die 6 1 die 7 hatten wir machen wir hier sieben aufbauen wahrscheinlich bauen wolle ich glaube nicht dass man baum bügelt das glaubt wirklich so viel hat funktioniert an und für sich das material ist halt nicht sonder stretch aber wie man sieht ein bisschen stretchen kann ich ohne dass es komplett kaputt geht man merkt es wahrscheinlich beim tragen trotzdem weil es halt so eine aufbügelfolie man merkt immer aber an und für sich bin ich mit dem jetzt ganz zufrieden sieht doch hübsch aus so ok das hätten wir gemacht jetzt haben wir noch das weise menü wir wollen ja schauen ob das weiß auch im schwarze auch bedeckt und ich habe den perfekten charakter wie man in einem kompletten weißen vinyl drucken kann jetzt vielleicht schon gesehen ausgewählt haben das kürtchen wir werden excalibur aus solita darauf transferieren ich denke das perfekte farbe für den perfekten charakter relativ alten manga beziehungsweise anime ich musste einfach excalibur drucken mit komplett weiß so machen wir genau dasselbe wie eben auch sagen wir hier sind wir fertig sagen wir das wollen wir nicht mehr wir wollen was neues wir wählen excalibur hinzufügen der gute ist mir etwas zu groß geraten ich würde sagen so prima dauern 15 zentimeter das ist doch eine gute größe für excalibur mitten auf t-shirt passt doch genau das wollen wir herstellen hat auch ein bisschen mehr detailliert ich muss das ja passen schneiden weil ich mache mir doch ein bisschen größer ich habe die ganzen kanten noch sehr eingesetzt sich sehe ich jetzt wir machen smart material bestätigen da wollen wir ihn drauf haben wir haben die nicht gespiegelt wir wollen den spiegeln obwohl wir eigentlich egal wer eigentlich doch egal aber ich hätte ihn gerne so wie ich ihn gezeichnet habe da habe ich kann nur jetzt noch mit dem da habe ich wieder geschlebt war das auch gut kommt er auch das tische ich nehme euch wieder mit doch die reise zu ich denke besser näher kommen so ok das ganze ist jetzt größer wie ich gedacht habe weil ich gut habe mit einschätzen aber ich werde einfach etappenweise ja erst mal hier den stoffteil wir werden es dann auch von der rückseite machen wir machen vor etappenweise alles dann drehe ich das um und machen das von unten weil normalerweise arbeitet die geschichte von oben und von unten und ich habe jetzt hier nur eine richtung also muss ich doppelt quasi machen dann sehe ich das ganze um die spügel das ist einfach damit ich das jetzt nicht auf links drehen muss so einfach durch das geht ja auch dann wäre das auch erledigt okay das ist etwas gewählt das glaubt nicht sonderlich gut vielleicht müssen wir das doch wenn wir so oft machen ein bisschen runter machen wir doch mal auf fünf wir haben sehr viele habe ich ihm auf sechs so wollen wir mal sehen das sieht gut aus das funktioniert wenn man weiter geht nice ok ja und so sieht es aus wir haben es geschafft direkt beim ersten versuch unser excalibur ist komplett auch die feineren details händchen und der dünnstab alles hat funktioniert also hat sich ergeben wenn ihr das selbst machen möchtet mit dem smart iron bügel zeugs also hier dieses zircats smart iron gedöns wenn ihr das mit bügeleisen macht mittlere stufe fünf bis sechs sieben ist zu viel bei größeren funktioniert bei klein ist gut wie der viertel wenn ihr größeres hat fünf bis sechs jede fläche dann so ungefähr 20 bis 30 minuten drücken und dann halt von vorne und von hinten und dann funktioniert das wunderbar kurz abkühlen lassen abziehen läuft so wir haben aber noch eine folie wir haben eine glitzerfolie noch und da das ja so wunderbar funktioniert hat auch t-shirts nehmen jetzt mal eine hose so eine jacking so eine jeans jogginghose mischung keine ahnung da ist der stoff ein bisschen dicker und da machen wir jetzt die glitzerfolie drauf und gucken ob das genauso gut funktioniert auch hier geben erst wieder unseren designer space und suchen uns ein logo raus ich habe auch schon das partner logo hier haben wir dann hochgeladen wir haben hier nämlich noch so einen lustigen lustigen krebs eine lustige langwurste ein lobster und dann mach mal ich hätte den gern auf zwölf zentimeter so zwölf zentimeter passt und dann wollen wir herstellen den brauchen wir auch nicht spiegeln weil der ist symmetrisch einmal den sack hat mir wählen wir brauchen die spiegeln und ab damit in die maschine ja wir haben jetzt doch auch fertig ich dussel habe es natürlich erst mal falsch herum reingelegt und habe die folie abgeschnitten anstatt das was gedruckt wird aber ich hoffe es geht auch so und jetzt machen wir unsere vorbereitung wieder die folie ab wir hoffen das funktioniert auch so müsst ihr eigentlich wenn es halt nicht jetzt in gänze auseinander fällt dann haben wir unseren lobsters sagt man sieht hier oder sieht man das auf der kamera ich habe erst falsch herum geschnitten weil ich nicht geguckt habe wie ich das darauf packe und das machen wir jetzt auch die hose und gucken ob man die kamera irgendwie der vernünftige machen wir das hier so wir haben gelernt mit dem backpapier und ich muss auch zweimal einmal links einmal rechts da wollen wir mal schauen müssen wir das abkühlen lassen und dann schauen wir ob es funktioniert hat doch guck mal kaum abgekühlt und schon guck mal wie schön das funktioniert und wie schön das geht dann dann haben wir jetzt unseren lobster unser glitzer lobster auch auf einem dickeren stoff aufgetragen ohne probleme wenn man weiß wie es geht funktioniert das alles echt super einfach mittlere stufe so 20 bis 30 sekunden pro stelle von vorne und von hinten einfach mit einem simplen bügeleisen und man hat sich die druckmaschine gespart wenn man halt natürlich ganz viel so was druckt dann lohnt sich die druckpresse bestimmt aber für den autonormalen menschen derzeit nicht tonnenweise t-shirts druckt der das mehr so just for fun macht dann reicht das vollkommen aus wenn man sich ein bügeleisen anschafft hat man eigentlich normalerweise in vielen haushälten schon selbst selbst ja da bin ich echt froh wie das glitzert ich weiß nicht ob man dass der kamera gut sieht ich kann gerade nicht so kontrollieren in obs aber das sieht doch echt nice aus dann haben wir hier unseren wundervollen lobster wundervollen excalibur ersten testdruck der verbrannt ist ab dem zweiten haben wir es dann herausgefunden wie es funktioniert auch das weiß muss man sagen das weiße menü von cricket deckt wunderbar auch auf schwarz hatte ich so ein bisschen bedenken ob das schwarz halt durchkommt dass das alles mehr grau wird weil das ist astrein weiß und mal schauen wie gut es sich dann in der waschmaschine macht wenn man das ein paar mal gewaschen hat aber da halte ich euch auf dem laufenden falls sich da irgendwas direkt ablöst bei der ersten wäsche und da würde ich sagen dann war es das für heute wir haben experiment erfolgreich abgeschlossen dass wir die bügelfolie auch auf tatsächlich textilien bekommen und wir haben so zwei versuche gebraucht um es gut hinzubekommen was halt echt schön ist dass wir nicht viel mehr schwund hatten ich bin schlecht in größen einschätzen ich hatte eigentlich auch ein metermaß die ganze zeit am computer keine ahnung wo das gelandet ist das werde ich wahrscheinlich nach dem video finden und ja dann hoffe ich euch hat das video gefallen ihr habt was gelernt vielleicht macht ihr ja selber mit ähnlichen materialien ja was wärmer cool wenn da sich leute finden die das interessiert und ja ich werde weitere sachen einfach ausprobieren und gucken was ich in die finger kriege was man durch die maschine durchjagen können was wir da spannendes mit machen können wünsche ich euch noch einen schönen tag und wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video